Von Freude und Festlichkeiten, von Weinen und von Klagen, von kühner Reckenstreiten möglichen Wunderbühren sagen. Es wuchs in Burgunden solch Edelmäddelein, das in allen Landen nichts Schöneres mochte sein. Ähm, okay. Steht da noch irgendwas raus? Irgendwas über ihren Charakter? Kannst du den Inhalt der Geschichte in einem Satz beschreiben? Was war deine erste Assoziation, wenn du die Nibelungen gehört hast? Ähm, Mord, Totscheleute und Vergewaltigung, aber auch deutsches Kulturgut. Das deutsche Energie, die deutsche Legende, die sage. Die Ur-Deutsche Sage. Okay, gut, danke schön.